Sie werden übersehen oder völlig unterschätzt. Hat so 60, 70 PS. Und so was hier könnte man mit dem Auto sowieso nicht machen. Schön übersteuernd. Sie werden als niedliche Tierchen missverstanden. Das Teil ist eine richtige Rakete. Ist man gar nicht gewohnt für so eine Spießerkarre, ehrlich gesagt. Oder als Verkehrshindernis eingestuft. Doch unter so mancher Karosse verbirgt sich ein Kern. Direkt aus der Hölle. Ich glaube, wenn man in der Stadt neben sich einen Mufa-Fahrer hat, dann kann man den mit den Sidepipes auch wegblasen. Die effektivste Geschwindigkeit auf Autobahnen beträgt 80 kmh. Damit es aber nicht langweilig wird, gibt es die linke Spur. Die ist dann für Athleten jenseits der 100 gedacht, die sich in Sachen Tempo ungern in die Suppe spucken lassen. Man ist noch so ein bisschen verpennt. Man kommt von hinten so ein Idiot an, der einen anblinkt, der unbedingt vorbei möchte. Wir lassen ihn natürlich vorbei. Aber irgendwann müssen wir den nochmal verprimeln. Und am allerschönsten wäre es, wenn man das Auto einfach so lässt, wie es ist, nur einfach dann mehr Leistung hat. Also quasi ein Wolf im Schafspelz, mit dem man das Ding dann so richtig verseilt. Den Idioten. Was für nicht Eingeweihte aussieht wie eine Einkaufshilfe für Mutti, hat deutlich mehr zu bieten. Klar kann man auch im Peugeot 207 RC zum Supermarkt fahren, aber das Leichtgewicht hat massig Musik unterm Blechkleid. Dieser kleine Wolf erreicht 220 kmh in der Spitze. Genug, um sich auf der Straße Respekt zu verschaffen. Diesen Peugeot sollte man nicht unterschätzen. Weil das Ding einfach aussieht wie ein ganz normaler Kleinwagen, aber er hat es faustdick hinter den Ohren. 175 PS, ein Fahrwerk, was mega knackig ist. Die Lenkung ist total direkt. Und man kann das Ding hier wirklich in die Kurven werfen, dass es keinen Morgen gibt. Ich lenke hier ein, trotz Nässe kommt das Heck leicht raus. Richtig schön. Das ist ein Kleinwagen. So muss er sein. Die kleine Versuchung für Rennanfänger gibt es ab 21.250 Euro. Damit sollte doch ein alter BMW zu knacken sein. Der 207 RC ist eine richtig schöne Rakete. Und mit dem Ding werde ich jetzt mal meinem speziellen Freund zeigen, wo der Bachtel den Most holt. Für den Kleinwagen ist der alte BMW nur Spielzeug. Hier stehen 136 PS gegen geballte Schafpelz-Power. Ein 175 PS. Kann er gucken, wo er bleibt. Ciao. Und zwar mit links verseilen wir den Kollegen. Und heute habe ich den größeren. BMW ad. Doch unter Wölfen stößt der RC schnell an seine Grenze. Für so einen richtigen Schreck brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr, finde ich, oder? Liebe Zuschauer, finden Sie nicht auch? Wir brauchen mehr Power. Diese Limousine ist nichts für kleine Klinkenputzer. Der R36 ist kein Passat. Er ist ein Passerati. Und den gibt's nur für Chefvertreter. Unauffällig von außen, aber im Kern ein Wolf aus Wolfsburg. Der VW Passat R36 ist der schnellste Passat aller Zeiten und gleichzeitig auch noch der schnellste VW, den es aktuell gibt. Ein Phaeton gibt es zwar auch mit 450 PS, aber der braucht 6,1 Sekunden von 0 auf 100. Und der R36 nur 5,6. Also das heißeste Eisen, was VW je im Feuer hatte. Die Schnellfahrlimousine im Schafsgewand. Dieser Wagen weckt den Jagdinstinkt. Wenigstens bis zu einem gewissen Grad. Und dann ist Schluss. Wittert das Wölfchen Gefahr, erregelt das ESP, obwohl es ausgeschaltet ist. Eine Sicherheitseinstellung für gestresste Vielfahrer und überhitzte Gemüter. Der 3,6 Liter V6 hat einen kernigen Sound, finde ich. Also der ist sehr präsent im Innenraum. Ist man gar nicht gewohnt für so eine Spießerkarre, ehrlich gesagt. Den 300 PS Passat gibt es für etwas über 45.000 Euro. Krasse Beschleunigung mit Startautomatik inklusive, wie in der Formel 1. Tempo 250 ist das Maximum, danach wird abgeriegelt. Um den Schafpelzeffekt zu erzielen, sollte man Fahrer, die am Heck kleben, unbedingt vom Doppelauspuff ablenken. Deswegen habe ich ein bisschen was für die Tarnung vorbereitet, nämlich die obligatorische Klorolle. Und die kommt hier hinten rein. Der stärkste Passat aller Zeiten fährt sich besonders gut im Schongang. Gemütlich über die Straße. Wenn da nicht der ungeduldige Ford von hinten wäre, der sich mit Matthias anlegt. Für 300 PS ist das ein kleiner Fisch. Der hat sich auch gedacht, den kleinen Passat, den blinke ich mal weg. Nicht mit dem R36er. Geil, oder? Ein Ford Fusion 1,4 TDI verzockt. Gut, aber auch A6 und RX8 wären chancenlos, wenn sie nicht durch die böse Heckansicht vorsichtig werden. Ich brauche noch irgendwie was anderes. Irgendwas, wo wirklich kein Mensch draufkommt, dass das irgendwie gehen könnte. Irgendwas Großes, Kantiges, was aber abgeht wie Luzi. Was ich bräuchte, das wäre ein richtiges Monster. Genau sowas. Ein Mercedes G ist eigentlich Försters Liebling. Doch der G55 von AMG ist für Waldarbeiten viel zu schade. Mehr Wolf im Schafspelz geht nicht. Selbst Experten erwarten hinter diesen Konturen nur ein blaues Lüftchen. Wenn man halt mal jemanden verblasen will, schaltet man einfach runter. Und alles andere, was sich so auf der Straße befindet, wird einfach nur erstens so komplett zerstäubt und vor allen Dingen demoralisiert. Weil niemand rechnet damit, dass das Ding so abgeht, wie es abgeht. 500 PS treiben dieses Geländemonster zur Höchstleistung. Im Sprint von 0 auf 100 kann er selbst mit Sportwagen mithalten. Der aktuelle Porsche Carrera braucht übrigens 4,9 Sekunden von 0 auf 100, der hier 5,5. Also wenn der Kollege in dem Elfer so ein bisschen den Start verpennt, hat man mit dem hier auf jeden Fall gewonnen. Seit 29 Jahren gibt es die G-Klasse. Ein Geländewagen passend zum Forsthaus Falkenau oder dem Landarzt. Was passiert, wenn man in so ein Wägelchen einen 8-Zylinder-Kompressormotor einbaut? Fühlt sich an, als hätte ihr Wohnzimmerschrank 500 PS. Waldarbeiter-Romantik sucht man hinter der Fassade vergebens. Leder und AMG-Design bestimmen das Innenleben. Der Motor ist gemacht, um den Kampf gegen den Luftwiderstand aufzunehmen. Wir haben rund 20 Liter Superplus auf 100 Kilometern verbraucht. Das ist der Preis im Kampf gegen den Strom. Die Fakten. Der Mercedes G55 AMG leistet 500 PS. Das Drehmoment von 700 Newtonmeter ist eine Klasse für sich. Obwohl der Motor mehr könnte, ist bei 210 Sachen Schluss. Schon aus Sicherheitsgründen. Den Spurt auf 100 schafft der G in 5,5 Sekunden. Diesen G-Punkt gibt es für 108.000 Euro. Jetzt geht's auf die Autobahn. Und damit da auch niemand merkt, was das hier eigentlich für ein heißes Gerät ist. Wenn wir das Ding natürlich schön abkleben, zahnen und täuschen. Das G55 muss auch noch weg. Und ich glaube, jetzt sieht kein Mensch mehr, dass das Ding so viel Leistung hat. Los geht's. Einzig die seitliche Auspuffanlage könnte uns jetzt noch verraten. Und das gewaltige Brüllen, das der Motor von sich gibt. Ich will gar nicht wissen, wie laut dieses Auto draußen ist. Wenn man den hier drinnen schon so laut hört. Mal kurz als Vergleich. Die Hupe ist wirklich richtig leise. Die hört man fast überhaupt nicht. Daran kann man sehen, wie laut der Motor ist. Wer mit dem Auto auch seinen Freundeskreis erweitern will, dürfte mit dem G55 keine Probleme haben. Da findet man sie schon von Weitem. Also die Jungs in dem Bauwagen sind schwer begeistert. Haben uns schon wieder eingeholt. Servus. Ein bisschen mehr Leistung als der da, oder? Wie viel PS hat der? 110. 110. Also. Die Jungs freuen sich so richtig. Bei diesem Brüllen entsteht Unruhe in der Schafherde. Doch wie macht sich der G55 unter Wölfen? Da haben wir doch mal eine E-Klasse, eine C-Klasse. Der blinkt schön. Das ist sogar ein Sport-Coupé. Dem werden wir es zeigen. Ciao. So, er versucht es rechts. Also er gibt Vollgas und wir geben Vollgas und jetzt ziehen wir sie langsam weg. Trotz 306 PS ist der 500er chancenlos. Auch der BMW 47i oder der Über-Touarec W12 wären ohne Chance. Einzig der Passerati könnte beim Beschleunigen mithalten. Wenn das nicht der kleine Passat ist. Ein kleines Rennen gefällig. Drei, zwei, eins und los. Ja. Geht wohl nicht so richtig was. Okay, jetzt fängt er langsam an zu gewinnen. Der Luftwiderstand bei uns wird größer. Jetzt zieht er langsam von dannen. Also bei 200 erst fängt er an von dannen zu ziehen und auch nicht wirklich schnell. Also immer zweimal hinschauen. Denn hinter einigen Fassaden verbirgt sich mehr als es scheint. Und in den nächsten Jahren. Und da. 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 Vielen Dank.